Herzlich willkommen zur CoffeeCup Learning Einheit Safer Internet Probleme erkennen, lösen und Projekte injizieren. In den nächsten Minuten erfahren Sie, wie Sie Problemfälle erkennen können, wie Sie Ihre Schülerinnen und Schüler beim Lösen problematischer Situationen kompetent unterstützen können und wie Sie mit Schulklassen die Thematik der sicheren Internet- und Smartphone-Nutzung in Unterrichtsprojekten behandeln können. Digitale Medien sind für die meisten Kinder und Jugendlichen ein nicht wegzudenkender Bestandteil ihres Alltags. Jedoch werden Risiken des eigenen Handelns im Internet und die daraus resultierenden Folgen häufig unterschätzt. Um die Schülerinnen und Schüler in der Schule kompetent unterstützen, Probleme wie zum Beispiel Cybermobbing, Sexting, die Weitergabe persönlicher Daten oder unangemessener Inhalte erkennen zu können, ist es notwendig, ausreichend darüber Bescheid zu wissen. Aber was ist eigentlich Cybermobbing, Sexting und Co.? Von Cybermobbing spricht man, wenn Medien wie zum Beispiel WhatsApp, soziale Netzwerke oder E-Mail dazu genutzt werden, eine Person zu demütigen oder zu belästigen. Sexting wiederum bedeutet, dass intime Aufnahmen, zum Beispiel über Messenger-Dienste wie WhatsApp, weitergegeben werden. Auch Cybergrooming kann auftreten. Darunter versteht man die gezielte virtuelle Annäherung Erwachsener an Minderjährige mit dem Ziel der Anwarnung sexueller Kontakte. Auch die Weitergabe persönlicher Daten, wie zum Beispiel der Adresse oder Handynummer, kann Risiken mit sich bringen, deren sich Kinder und Jugendliche oft nicht bewusst sind. Diese Daten können schnell in falsche Hände geraten. Wie kann eine Lehrperson nun Problemfälle erkennen? Häufig vertrauen sich Schülerinnen und Schüler, vor allem Jüngere, der Lehrperson bei Problemfällen an. Tun sie das nicht, können Probleme auch an der Verhaltensweise der Kinder erkannt werden. Opfer von Cybermobbing können zum Beispiel ihr Internetverhalten verändern oder verängstigt erscheinen, sobald der Computer oder das Smartphone zum Einsatz kommen. Auch das Zurückziehen und Abkapseln kann eine typische reaktive Verhaltensweise sein. Wie können Schülerinnen und Schüler beim Lösen solcher Probleme von Lehrpersonen unterstützt werden? Um hier weiterhelfen zu können, ist eine gute Vertrauensbasis notwendig. Die Probleme der Schülerinnen und Schüler müssen ernst genommen werden. Des Weiteren ist der sensible Umgang und das Ansprechen des Problems ein zentraler Aspekt der Problemlösung. Auch das Einbinden der Eltern oder Erziehungsberechtigten kann in manchen Situationen dabei helfen. Außerdem können Fachleute wie zum Beispiel von der Initiative Safe for Internet oder der Polizei hinzugezogen werden, vor allem dann, wenn es um rechtliche Aspekte geht. Ein großer Pool an Informationen rund um die Thematik, zum Beispiel Broschüren, Unterrichtsideen und so weiter, kann auf der Webseite der Initiative Safe for Internet unter www.seferinternet.at abgerufen werden. Um Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen hinsichtlich der verantwortungsvollen Nutzung von Smartphone, Internet und Co. zu sensibilisieren, bietet sich die Durchführung von Projekten an. Im Idealfall werden sie fächerübergreifend durchgeführt. Doch wie können solche Projekte zum verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Netzwerken wie WhatsApp, Internet und Co. initiiert, geplant und durchgeführt werden? In einem ersten Schritt wird das Themenspektrum eingegrenzt. Die Themen rund um die sichere Nutzung von Smartphone, Computer und Co. sind sehr umfassend. Daher empfiehlt es sich, Schwerpunkte zu setzen und diese altersgemäß anzupassen. Auch Fachleute können hier für Workshops an die Schulen geholt werden. Jede Menge Projektideen und dazu passende Materialien für Lehrpersonen und deren Schülerinnen und Schüler finden Sie auf der Webseite der Initiative Safe for Internet. Jährlich wird der Februar zum Safe for Internet Aktionsmonat erklärt. Und mehr als 200 Schulen reichen ihre durchgeführten Projekte ein und präsentieren sie. Wir laden Schulen ein, in diesem Monat ihre eigenen Aktivitäten zu machen und mit den Schülern im Unterricht einfach verschiedene Dinge auszuprobieren. Und die Dinge, die da passieren, sind ganz vielfältig. Vom Schutz des Passwortes in den Volksschulen bis hin zu verschiedenen Verhaltensvereinbarungen in der Sekundarstufe 1 oder auch, wie man das Smartphone gut schützen kann. Schülerinnen und Schüler können sich zum Beispiel intensiv mit der Thematik Cybermobbing auseinandersetzen und dann als Peers ihr Wissen an Mitschülerinnen und Mitschüler weitergeben. Sei es durch kurze Präsentationen mit Plakaten, Videos oder aber auch durch eigens kreierte Lernspiele. Sie wissen nun, wie Sie als Lehrperson Problemfälle rund um Cybermobbing, Sexting, unangemessene Inhalte und Co. erkennen können, wie Sie Ihre Schülerinnen und Schüler bei solchen Problemen unterstützen können und wie Sie präventiv Projekte injizieren und durchführen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Vorher imensaal Frame 我是 sie in der Zeit, wenn Sie das Videokurance quotaschen können. Das ist ja eine gute compared senior prima customers каб�� analen wir schon. Bis zum nächsten Mal. Jetzt steht da, ich diente, wenn Sie die Polizei. Die Polizei ist nicht ein wenig, es kann nicht so.